Ich habe mir damals den treuen Schwur gegeben, für die Stadt zu bleiben. Wir bleiben bei dir. Wir haben vier gesunde Kinder. Da schwamm später noch ein fünftes dazu. Wir bleiben. Wir bleiben hier und bauen mit auf. Und der Aufbauwille, das Zerstörte wieder in Ordnung zu bringen, das war das Allerwichtigste. Und ich möchte Ihnen hier sagen, und das ist mir tief in den Sinn geworden, wie ich es gesehen habe, zu Tausenden, was unsere Frauen, die Trümmerfrauen, geleistet haben. Hut ab. Jeder Jugendliche, Hut ab. Vor dem, was damals geschah. Tausende von Frauen haben dafür gesorgt, dass in einem Jahr die Innenstadt transportdurchgängig wurde. Dass wieder Gleise zu sehen waren. Ein Jahr lang. Ohne die Trümmerfrauen, die neben ihren Haushalten, neben der Kinder, neben den Mann, oder keinen Mann mehr, weil er an der Front geblieben ist. Darf man nie vergessen.